hallo leute hier ist draußen aus berlin man ist das lange her ich wollte jetzt mal plätzchen backen ein bisschen improvisiert wie war das noch mal mehr die hausbrauen werden hilfe ist es klappert da haben wir schon mal den teig damals noch mit meiner mutter aber ich hab da auch nicht so genau hingekriegt weil ich immer den teig aufgefressen ab am besten noch ein bisschen mehr damit das nicht so doll geklebt man sieht es ja schon an den finger drücken so schön ruhig gleichmäßig bloß nicht zu platt dünner soll liegen vielleicht nicht machen wenn man lecker wenn man damit anfangen moment verdammt lange her ach so jetzt muss ich den rein stempeln das ist das negativ egal aber ich habe ja noch mehr ja so 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 Okay, der bleibt da unten drin. Ähm, ähm, mal gucken. Wie kriegt sie ihn ja doch noch vernünftig raushindrückt? Ach, warte mal. Hast du da nicht so einen Trick? Meine Fresse. Die Enterprise ist zu schwer. Die bleibt da einfach unten liegen. Hol ich später auch. Probieren wir was neu. Leben lang nur den Wotschaft. Den kennt vielleicht auch noch welche. So, mal gucken. Der bleibt da auch unten liegen. Ein Faser. Ein Faser. Ha! Der bleibt da drin. Der war doof aus. Ach, der hört im Backofen schon. Ja. So. Klunch. Kann so was sein. Der Faser sieht echt gut aus. Und dann gibt's ja noch die Klingon. Kapla! Nugnach! Na, ich kann Klingonisch. Ja, ich kann Klingonisch. Aber es ist auch das Einzige, was ich kann. Ja. Der bleibt noch drin. Hm. Na, zwei. Der wäre mir fast zu früh rausgerutscht. Boah, komm schon her. Jetzt wird er nicht raus. Klingonisch mit Potenzstörung. Ha! Und ja. Und fällt runter. Moment. Ich will mal nachdesignen. Na ja, gut. So. Ich muss die Enterprise hier raus holen. Oder? Ach, ich muss mal den probieren. Warte nicht. Ja, mal gucken. Ob dit wat wird. Ah, ah, ah. 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 Was kommt da? Oh, oi 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 oi. Ach, herrjeni. Hm. Muss ich mal nen kleinen Trick nehmen. So. Komm her. Na, dit wird ja jetzt primelig. Oh ja, mein Bauch liegt. Mal gucken, ob ich dit hinkriege. Ha. 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 Tata. Das sieht ja so aus, als wenn der Totenschädel bei Pickel kriegt hier. Äh. Ich kann jetzt ein bisschen noch mal. Puppu. He. Oh. Na, wie gesagt, er hat ein paar Pickel bekommen. So, jetzt muss ich mal was versuchen. Ich brauch wieder einen neuen Teig. Aber den muss ich hier irgendwie... hat... Warte, 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 warte. Knete gleich neu zusammen. Huch. Okay. Ach, herrje. Zu wenig Mehl. ich hätte viel mehr nehmen sollen. So, jetzt wird es lustig. Ich brauche mal was. Gerade so. Das wird jetzt spannend. Oh naja. Oh man, da fliegen Schlangenlinien. Ja. Oh man, die will jetzt links abbiegen. Käpt'n, der rechte Mobantrieb ist zu dünn geworden. Scheiße. Egal. Mach mal trotzdem weiter. Macht man vielleicht nicht so. Ich bin ja hier ganz alleine. Ja, das kann ich mal da noch rauskriegen. Die muss ich mal richtig durchkneten. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier ganz alleine. Die Konzentrationszunge. Den Konzentrationsfinger. Ja, läuft gut. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal einen Klassiker. Das sollte ein bisschen einfacher. Ein Herzchen. Für mein Herzchen. Ich mach das jetzt anders. Dann nimm mal ein Sternchen. Ah, jetzt kriegst du ja sowas. Dann, äh... Ein bisschen was Schwieriges. Ein Schnüppchen. Sternschnüppchen? Sagt man das so? Aber ist ein kleiner. Ha, ha, ha. Elegant aufgepacken. Dann, äh... Ist ja bald Weihnachten. Braucht man natürlich auch ein Bäumchen. Das ist jetzt richtig rumgemacht, ja. Okay, lass mal liegen. Dann... Entweder eine Tulpe. Oder eine Glocke, wa? Kann man also auch im Sommer verwenden. Die Glockentulpe. Was nehmen wir denn noch? Für die Tierfreunde unter uns mal ein Pferdchen. Okay. Geredet. So. Was können wir denn noch nehmen? Ha, ha, ha. Ein Pilz. Na? Na? Doch, geht. Ja, süß. Ja. Und... Ha. Papa Pilz. Können wir auch noch machen. Waaah. Okay. Hm. Was können wir denn noch machen? Weiter. Ja, Piek. Ah, komisch. Die anderen habe ich ja nicht. Nur die Piek. Und her. Karten. Karten. Spiel werde ich nicht zusammenkriegen. Ich sollte das erste Blech von meinem Ofen schieben. Opa. Okay. So. Weil das Blech ist voll. Boah. Wie aus Köln nochmal so sagen. Was haben die denn? Das Blech ist voll. Ach je. Wird ja auch schön eng hier. Attention please, ne? Wenn man einen Sachsen Weihnachtsbaum kauft. Attention please. So. Erste Blech erstmal fertig. Und jetzt werden wir das mal in den Ofen schieben. Auf Wiedersehen. Nein. Österreich. ουν